Induktionstechnologie Ein Wissensfloter der Firma SMS Elotherm GmbH Grundlagen der Induktion Die induktive Erwärmung gehört zur Gruppe der direkten elektrothermischen Verfahren. Das bedeutet, dass die Wärme direkt im Material entsteht. Dieses Prinzip heißt in der Elektrotechnik Induktion. Zur Erklärung In einem elektrisch leitenden Körper wird unter dem Einfluss eines magnetischen Wechselfeldes eine elektrische Spannung induziert, die zu einem Strom führt. Dieser Wirbelstrom fließt entgegengesetzt zum ursprünglichen Strom. Der Wirbelstrom bewirkt gemäß dem Joule'schen Gesetz eine Erwärmung des Körpers, wie im Video gezeigt. Die induktive Erwärmung bietet folgende Vorteile. Extrem hohe Leistungsdichten, hohe Erwärmungsgeschwindigkeiten, hohe elektrische und thermische Wirkungsgrade, gezielte lokale Leistungseinbringung und ausgezeichnete Prozesssteuerung. Einsatzgebiete der Induktionstechnik sind Erwärmen zum Umformen durch Schmieden oder Walzen Wärmebehandlung wie Härten oder Glühen Fügen wie Schweißen oder Löten Maßgeblich sind die elektrotechnischen Parameter. Zunächst die Stromdichteverteilung. Im stromführenden Material ergibt sich eine Stromdichteverteilung, die von einem Maximalwert an der Oberfläche zum Werkstückinneren hin abnimmt. Diese charakteristische Stromverteilung wird vom elektrischen Widerstand Rho des Werkstückmaterials und seiner Permeabilität µ sowie insbesondere von der Frequenz f bestimmt. Die Formel für die elektromagnetische Eindringtiefe Delta zeigt diese Zusammenhänge. Im Bild links ist die Stromdichteverteilung näherungsweise für einen Metallzylinder gezeigt. Die Stromeindringtiefe Delta hängt also unmittelbar von Material und von der Frequenz ab. In der Praxis sieht das so aus. Soll das Material vollständig erwärmt werden, wie für einen anschließenden Schmiedeprozess, ist eine entsprechend niedrige Frequenz zu wählen. Wird nur eine Oberflächenerwärmung gefordert, wie beim induktiven Randschichthärten, so muss die Frequenz hochgewählt werden. Der Skin-Effekt ist die Eigenschaft von Wechselströmen, bei der nur die Oberfläche eines Leiters für den Transport der Elektronen zur Verfügung steht. Beim Wechselstrom wird in Abhängigkeit der Frequenz der Elektronenfluss an die Oberfläche des Leiters, also an die Außenhaut, englisch Skin, gedrückt. Zur Bestimmung der gewünschten Eindringtiefe der Erwärmung sind Tabellen und Schaubilder erstellt worden. Hierzu ein Beispiel im Diagramm mit doppelt logarithmischem Maßstab. Soll in Rundmaterial aus austenitischem Stahl bei 900 Grad Celsius eine Eindringtiefe von 3 Millimeter erreicht werden, so ist eine Frequenz von 30 Kilohertz einzustellen. Auch für die Zeit, um von einer Anfangstemperatur auf eine bestimmte Endtemperatur zu kommen, die sogenannte Durchwärmzeit, gibt es Berechnungsunterlagen und Schaubilder. Nun zu Beispielen aus der Fertigungstechnik. Beispiel 1 betrifft das induktive Erwärmen von Blockmaterial für das nachfolgende Gesenkschmieden. Ein großer Teil der Produktion bei den Kraftfahrzeugzulieferern sind Teile, die zu mehr als 85% induktiv aufgeheizt und bei ca. 1200 Grad Celsius verarbeitet werden, siehe auch den Wissensfloter Gesenkformen. Der Durchmesser des Rund- oder Vierkantmaterials beträgt in der Regel zwischen 20 und 120 Millimeter. Die Taktzeiten liegen je nach Automatisierungsgrad zwischen 2 und 12 Sekunden. Dabei erreicht der Materialdurchsatz Leistungen zwischen 300 Kilogramm und 6 Tonnen pro Stunde. Hier eine Anlage zur induktiven Erwärmung von Blockmaterial. Sie besteht im oberen Teil aus der Induktorstrecke sowie Einrichtungen zum Materialzu- und Abtransport. Der Unterbau enthält die Stromversorgung mit Netzeinspeisung, Leistungsschaltern, einem oder mehreren Frequenzumrichtern sowie Kondensatoren zur Blindleistungskompensation. Außerdem sind dort die Anlagensteuerung und das Kühlwassersystem untergebracht. Im Video erkennt man die schraubenförmige Induktionsspule. Übrigens, die Oberflächentemperatur der erwärmten Halbzeuge wird durch Infrarotmessung erfasst. Zu kaltes oder zu heißes Material wird aussortiert. Am Auslauf befindet sich das Pyrometer. Beispiel 2 Induktive Wiedererwärmung in Walzlinien Lang- und Flachprodukte aus Stahl können in einer integrierten Fabrik in einem Arbeitsgang Strang gegossen und direkt anschließend gewalzt werden. Innerhalb des Prozesses werden die heißen Knüppel oder Brammen nach der Stranggießanlage in einer induktiven Anlage im Durchlauf nachgewärmt. Die Anlage erfasst die Temperatur des einlaufenden Materials und gleicht Oberflächen und Kerntemperatur bei Bedarf so aus, dass eine optimale Temperatur im Material für den Walzvorgang gewährleistet wird. Beispiel Nummer 3 Randschichthärten automobiler Komponenten Kurbelwellen in Verbrennungsmotoren werden durch Torsions- und Biegewechselbelastungen hoch beansprucht. Das erfordert meist eine Wärmebehandlung der Kurbelwellen. Im Video ist zunächst das Härten der Hublager und dann, nach dem Transport zur nächsten Station, das Härten der Mittellagerstellen zu sehen. Bei dem hier gezeigten Rotationshärten dreht sich die Kurbelwelle mit 30 bis 60 Umdrehungen pro Minute unter den Halbschaleninduktoren. Hub- und Mittellagerstellen werden reproduzierbar auf die Austenitisierungstemperatur gebracht. Für den anschließenden Abschreckprozess stehen Brausen zur Verfügung, die gewährleisten, dass über den gesamten Bereich ein homogenes, martensitisches Gefüge erreicht wird. Links eine Laboranordnung zum Feststellen der richtigen Randschichterwärmung. Viertes Beispiel Quensch und Temper von Rohren und Stabstahl Das induktive Vergüten, kurz Quensch und Temper genannt, hat sich mittlerweile insbesondere für Komponenten in der Automobilindustrie sowie für Rohrprodukte im Bereich Öl- und Gasexploration etabliert. Typische Abmessungen für Stabstahl gehen bis 160 mm Durchmesser und Längen bis zu 12 m. Dabei werden Produktionsleistungen bis zu 10 t pro Stunde erreicht. Bei Rohren betragen die Abmessungen bis 400 mm Außendurchmesser bei Wandstärken bis 38 mm und Längen von 6 bis 14 m. Die Produktionsleistung einer solchen Anlage liegt zwischen 4 und 30 t pro Stunde. Zu den Vorteilen des Verfahrens, hier nur eine Auswahl, gehören hohe Flexibilität auch bei kleinen Losgrößen, ausgezeichnete Homogenität von Materialhärte und Mikrostruktur und, was besonders von Vorteil ist, Wärmebehandlung ohne Randschichtentkohlung. Eine weitere wichtige Anwendung der Induktionserwärmung ist das Längsnahtschweißen von Rohren. Rohre werden aus Bandmaterial mit der induktiven Hochfrequenztechnik hergestellt. Bei diesem Pressschweißverfahren wird das zu verschweißende Band aus Bandspeicheranlagen ununterbrochen zugeführt und von Reizen zu einem Rohr geformt. An der Schweißstelle wird das Material dann durch den konzentrierten induktiven Stromfluss hocherwärmt und durch Stauchrollen zusammengepresst. Der entstehende Grat wird außen und bei Bedarf auch innen abgeschält. Der sogenannte Impeder konzentriert den induktiven Stromfluss im Rohrmantel. Die Abmessungen reichen von Durchmesser 10 bis 660 mm, bei Wanddicken von 0,2 bis 25,4 mm, 1 Zoll, bei Schweißgeschwindigkeiten bis zu 200 m pro Minute. Schauen wir uns noch einmal den Stromverlauf genauer an. Der induzierte Stromfluss nimmt seinen Weg am Rohrschlitz entlang über den Berührungspunkt an der Schweißstelle und erhitzt diese bei der hohen Geschwindigkeit fortlaufend auf die Schweißtemperatur. Zur Anwendung kommen diese längs nahtgeschweißten Rohre als Konstruktionsrohre im Maschinen- und Fahrzeugbau, im Rohrleitungsbau, bei der Fertigung von Haushaltsgeräten und Sportartikeln sowie in der Möbelindustrie. Bevorzugte Werkstoffe sind ferritischer und austenitischer Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing und auch Zink. Als letztes Beispiel betrachten wir das Erhitzen von Aluminiumbolzen für das Strangpressen. Das Strangpressen ist ein Umformverfahren zum Herstellen von Stabmaterial, Drähten, Rohren und unzähligen Profilen mit teilweise bemerkenswert filigranen Formen. Dabei wird ein Aluminiumbolzen, so nennt man den Block aus Vollmaterial, auf Umformtemperatur etwa 600 Grad Celsius erhitzt und mit einem Stempel durch eine formgebende Matrize gedrückt. Der Aufwärmprozess wird in zwei Teilaufgaben unterteilt. Die eigentliche Erwärmung des Bolzens auf Presstemperatur und das Erzeugen eines axialen Temperaturprofils. Das Erzeugen eines bestimmten Temperaturprofils in Längsrichtung ist bei Aluminium besonders sinnvoll, denn durch den Umformprozess entsteht zusätzliche Wärme. Diese kompensiert man mit Hilfe mehrlagiger Wicklungen und Heizzonen derart, dass der Strangpressvorgang als solcher isotherm abläuft. Das Erzeugen eines Zuständen des Blommers in Längsrichtung ist bei Aluminium und Unfallspotenzialen Teilfragment.